Hallo und herzlich willkommen hier auf MicrowazaTV mit Medieval Engineers. Weiter geht's hier bei uns mit unserem Bogenbauprojekt. Allerdings muss ich dazu sagen, mir ist ein kleiner Fehler hier passiert, sage ich mal jetzt auf gut Deutsch. Und zwar zeige ich euch das mal jetzt. Nein, falsche Taste. Ja, ich habe schon meine Mauer weitergebaut. Allerdings, ja, es waren gute drei, vier Folgen gewesen und ich habe die allesamt ohne Ton aufgenommen. Gut, ich dachte mir jetzt, das kann man weglassen, weil im Endeffekt machen wir ja hier nichts anderes, als hier unsere Burg zu bauen. Und ihr seht schon, ich habe den zweiten Turm soweit fertig. Der ist hier und das konnte man leider alles sehen in den, ja, ich sag mal in den beiden, in den vier Folgen, die ich aufgezeichnet hatte. Gut, müssen wir jetzt hin und durch. Aber ich denke mal, es sollte für euch kein Problem sein. Und so sieht es schon mal aus. Richtig, richtig geil. Zweites ist, es sind seit dem letzten Spielen von mir hier ein paar neue Futures dazu gekommen, wie zum Beispiel, wenn wir die Taste K drücken. Seht da schon, wir haben einen Tag und Nachtzyklus drin. Super, super geil. Allerdings verstehe ich noch nicht, wie das funktioniert mit, ich sag mal jetzt, mit dem Licht. Es ist alles sehr, sehr dunkel hier bei mir und ich meine, ich habe schon, also ihr wisst ja, wenn wir, also ich und der Ice Dragon zusammen Space Engineer spielen, ist es ja bei ihm, oder kommt es schon mal öfter vor, dass er sagt, es ist schon sehr, sehr dunkel. Und mein Monitor eigentlich ist relativ hell. Ich kriege es hier nicht heller, ich weiß noch nicht, wie man das macht oder so. Falls ihr da irgendwie Information für mich habt, dann schreibt es mal bitte in den Kommentaren. Ähm, vielleicht, ähm, funktioniert es ja, das, was dazu kommt. So, das ist mal klar gewesen. Ich habe den Tag und Nachtzyklus jetzt ausgemacht dadurch, weil es, wie gesagt, halt sehr, sehr dunkel wird und euch das nichts bringt und mir selbst es auch nichts bringt, wenn wir hier am Monitor nichts mehr sehen. So, dann ist noch dazu gekommen, neu. Und zwar, wenn wir die Taste G drücken, öffnet sich ja natürlich unser Baumenü. Jetzt müssen wir mal kurz warten, das dauert manchmal ein bisschen. Da sind ein paar neue Sachen dazu gekommen, wie hier zum Beispiel eine neue Treppenart ist dazu gekommen. Eine neue Türenart ist dazu gekommen. Ich gehe das jetzt so ein bisschen schnell durch, weil ich hatte das alles schon gezeigt gehabt. Ähm, was ist noch dazu gekommen? Wir haben hier scheinbar einen neuen Banner dazu bekommen oder eine Flagge, eins vom Bein. Dann haben wir hier den Blank Tower Empty und den Root Support scheint mir auch neu zu sein. Oder ich habe jedenfalls nicht drauf geachtet. Dann haben wir hier Stein, Normalstein und wir hatten ja sonst diesen Large Projektil gehabt. Und jetzt sind halt noch Steine dazu gekommen mit einem Plus. Also wird es dann wahrscheinlich wieder verschiedene, ja, Schmeißrichtungen geben. Dann haben wir hier noch einen Wooden Table. Den werden wir auch mal demnächst mal in einem unserer Häuser setzen. Vielleicht kann man damit irgendwas machen. Müssen wir mal schauen. Charakter-Tools haben wir auch was Neues dazu bekommen. Und zwar, ja, wir haben sie endlich. Wir haben unsere Fackel, wir haben unseren Hammer, wir haben unsere Axt, also unsere Pickaxe und natürlich so ein, ja, ich denke mal zum Zerkloppen wird es sein. Dann haben wir hier noch ein neues Seil dazu bekommen. Aber das ist schon mal richtig, gell? Ich glaube, ja, ihr seht schon, ich habe sie hier unten auch schon drin in der Toolbar. Charakter-Animation ist nix. Und wir haben Bots dazu bekommen. Und zwar den Barbaren. Das heißt, wir könnten uns jetzt schon kloppen. Aber ich habe es angetestet gehabt. Und es sieht, ja, sehr, sehr langweilig aus. Ich glaube, ihr haut einmal zu und dann fällt er schon um. Also es ist jetzt nicht so toll. Gut, aber wir werden uns jetzt weiter mit unserer Festung hier beschäftigen. Weil deswegen, denke ich mal, seid ihr auch hier bei mir beim Let's Playen. Und wollen wir jetzt gar nicht groß Zeit verlieren. Hat er euch ja gefragt gehabt, ob ihr dabei sein wollt oder ob ich schon immer Bruchstücke nur noch aufzeichnen soll. Und dann waren es in den Kommentaren gewesen. Danke dafür. Übrigens, dass ihr in den Kommentaren schreibt auch. Weil zeigt mir ja nur, dass ihr Interesse habt. Klar, ich meine, ich sehe es ja auch mit den Zuschauerzahlen. Also, wie viel sich die Videos so angucken, so in dem Dreh, sag ich mal. Aber wenn halt nochmal so ein bisschen Kommentare dazu kommen, dann ist das halt für mich eine Interaktion noch mit. Und da könnt ihr zum Beispiel dann auch mal Vorschläge machen. Was würdet ihr jetzt anders machen? Wie würdet ihr das jetzt bauen? Und vielleicht picke ich mir da mal was raus, um mir das alles mal selber nochmal anzugucken. Das wäre alles kein Problem. Ja, Multiplayer-Modus ist leider noch nicht vorhanden. Sonst wäre der Ice Dragon hier. Und ich denke mal, bis der Multiplayer-Modus da ist, werden wir hier noch reichlich zu tun haben. Achso, was ich noch gemacht habe, ist, ist jetzt nicht nur, ich habe die Mauer jetzt nicht nur fertig geworden, sondern ihr seht, ich habe hier wirklich schon einmal ringsrum wirklich so groß für die Festung. Und deswegen hatte ich auch in der Folge jetzt davor, hieß es Bio der Übertreiber. Und ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich so ein absoluter Übertreiber. Das wird ein Marmut-Projekt, was ich hier wirklich vorhabe. Und natürlich hoffe ich es für mich selbst, dass ich es zu Ende bringe. Aber notfalls würde dann ein Ice Dragon, wenn wir es nicht schaffen und bis dahin der Multiplayer-Modus da ist, hoffentlich unterstützen. Was ich noch gerne hätte, ist hier Wasser, Leute. Wasser wäre super. Jetzt kam auch ein neues Update raus für Space Engineers. Und da haben sie jetzt nochmal so ein bisschen auf, ich denke mal, auf uns Spieler gehört. Und zwar gibt es da jetzt Oxygen. Das heißt, ihr könnt jetzt in geschlossenen Räumen euren Helm abnehmen. Richtig, richtig geil. Da ist der Ice Dragon hin und weg gewesen von der ganzen Sache. Und ich denke mal, das könnte man, sollte man auch. Gerade für den Ice Dragon, der ist totaler Space Engineers Fan. Ich mag das nicht so, also ich mag das schon, aber es ist halt wirklich mal noch ein bisschen anders als Medival Engineers. Ich stehe ja so auf diesem Mittelalter und Ice Dragon ist halt eher so mit seinen Raumschiffen. Und macht trotzdem Spaß. Wie gesagt, es ist halt Medival Engineers und Space Engineers von den gleichen Machern und somit ja auch das gleiche Spielprinzip. Und von daher ist es in Ordnung. So, ihr wolltet wirklich dabei sein. Also, das wird ein sehr, sehr langes Let's Play, kann ich euch jetzt schon sagen. Und ich hoffe, dass das hier alles so weit hinhaut. Haben sie aber noch ein bisschen? Oh ne, jetzt, hoho, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt haben wir ein bisschen Quatsch gemacht. So. Aber scheint alles zu stimmen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen runter. Ja, was ich auch gesagt habe in der letzten Folge war gewesen, die Musik, also da muss man wirklich sagen, richtig geil. Ich bin ja nun so ein Soundtrack-Fan. Ich liebe Soundtracks aus Filmen, Spielen und wie auch immer. Und, oh, was ist denn jetzt los? Jetzt hackt es hier. Jetzt habe ich gerade keine Kontrolle mehr. So, dann müssen wir mal kurz warten. Okay. Und, muss ich wirklich sagen, richtig, richtig geil. Oh ne, jetzt nimmt er mir jetzt wieder hier alles weg hier. Okay. So, dann werden wir mal den wieder hinsetzen. Werden wir hier unseren auswählen. Und dann... Und das hier weiter ausbauen. Ja, Türme. Der Turm, der zweite Turm, war ein bisschen kompliziert zu bauen irgendwie. Weil, wenn man es halt wirklich schon eine Weile nicht mehr gemacht hat, dann muss man sich den anderen Turm erstmal angucken. Da muss das alles seitenverkehrt gebaut werden. Und ist schon... Teilweise manchmal echt kompliziert. Aber, er ist jetzt genauso wie der erste Turm. So. Cool, jo. Ihr hört es ja nun jetzt im Hintergrund. Deswegen habe ich die Musik auch angelassen. Damit ihr sie ebenfalls hören könnt. Ich finde sie traumhaft. Für mich ein, wirklich so ein Spiel, wo ich sage, hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. Diese 20 Euro sind es voll wert. Ich habe den Punkt, dass ich es sogar doppelt gekauft hatte. Einmal. Und hatte dann der Eistrecher davon profitiert. Er musste es dann natürlich dementsprechend nicht mehr kaufen. Aber, naja. So, 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 so. Okay. Das war wieder falsch hier. So. Na, kommt schon. Bisschen zu weit weg. Kann ich jetzt hier auch noch setzen? Jawohl. So. Wunderschön. Okay. Dann nehmen wir mal hier 0. Und dann jumpen wir mal rein. Geil. So, können wir uns jetzt mal hier jetzt hier mal schnell angucken. Das ist ja nun der zweite Turm hier. Und ihr seht, das ist genau wie der andere. Oh, das sieht so fett aus. Guckt euch das an. Ja. Eine riesengschöne lange Trasse bis zum anderen Turm. Und wir können wirklich einmal durchlaufen. Zack. Jetzt laufen wir mal durch. Jetzt laufen wir natürlich ein paar Minuten. Und wir können dann, weil ich sage, wir können dann hier von oben dann auch gleich wieder runterlaufen. In die andere Etage. Und so stelle ich mir vor. Türen wären auch super, gell? Wie gesagt, aber das mit dem Licht. Da muss irgendwas passieren mit dem Licht. Das ist mir, wie gesagt, ein bisschen zu dunkel hier alles. Und da wäre es schon toll, wenn da mal irgendwie ein bisschen Licht kommt. Also, das ist schon wirklich eine lange Burg hier. Wir sind immer noch am Rennen. Lala. So. Also, die ist doch ein bisschen anders gebaut. Ja, gut. Macht ja nichts. Im Endeffekt bleibt es ja trotzdem das Gleiche. Zack. Sind wir hier auf dem anderen Turm. Und wenn uns das nicht gefällt, dann müssen wir hier unten zwar noch einen Eingang bauen. Und dann sind wir unten angekommen. Tada. Geil. Richtig, richtig geil. Gefällt mir. So, was wir jetzt dann noch schnell zeigen wollten. Oder ich noch schnell sehen wollte, ist. Wir bauen mal einen Tisch jetzt hier unten hin. Einfach mal. Eigentlich müsste es da entstehen. Bibi. So, ab hier rein. Ja, hier. Diese Fackeln, die sind schön hell. Also, da sieht man wirklich ein bisschen was. Jetzt sehe ich gerade, dass hier oben sogar Grafikfehler dran sind. Oben links. Ich weiß gar nicht, ob das Aufnahmeprogramm jetzt aufnimmt. Gut. Dann machen wir mal hier. Stellen wir mal den Tisch hin. Zack. Und. Wo haben wir den? Da ist er. Machen wir mal eine andere Spalte hier auf. Gibt mir mal die Spalte. Genau. Zack. Zack. So, hier haben wir unseren Tisch. Und. Können wir hier noch einen Stuhl dran stellen. Geil. Können leider nicht interagieren. Sehe ich gerade. Nö. Also, es sind bloß Deko-Sachen. So, mal gucken, ob sich hier irgendwie was geändert hat. Hier konnten wir ja drauf zugreifen. Nein, wir können zwar. Ach, wir können sogar uns jetzt als Barbarien hier. Also, als Barbaren. Verkleiden. Okay. Aber irgendwie gibt es hier Probleme, oder? Nee, oder? Doch nicht. Nee. Nö, alles schick. Alles schick. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, wie er rennt, aber. So. Machen wir mal hier Tee. Aber wir wollen ja den haben hier. Wir wollen den Mehl. Können wir noch die Farbe. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, wir können halt nichts einstellen mit dem Licht. Ich weiß gar nicht. Kann ich jetzt nicht hier drauf zugreifen? Nö. Tee. Nö. Mit Tee passiert hier nichts. Eine Fackel haben wir jetzt hier nicht. Da können wir mal kurz mal, um es euch mal zeigen kann. Natürlich hat der Spieler, also, das Spiel jetzt mittlerweile auch schon seinen Survival-Modus. Der wahrscheinlich aber noch gar nicht so ausgereift sein wird. Also, er muss noch ein bisschen Geduld auf jeden Fall mitbringen. Aber wie gesagt, wie bei... Oh, falsch. Wie bei Space Engineers, jede Woche gibt es wirklich ein Update. Und das finde ich, ist ein starkes Stück. Wir müssen hier rein. Hier hatte ich die ersten Fackeln. Und da seht ihr dann schon mal... So, hey, sind die gar nicht. So, wenn ich jetzt hier einfach T drücke, geht das Licht an und aus. Aber irgendwie... Ich weiß jetzt gar nicht, ob das funktioniert. Können wir mal K drücken. Sagen wir jetzt einfach mal, es ist jetzt... Zack. So, jetzt wird es dunkel. Ja, dunkel. Ja, wir müssen mal kurz warten. Wird langsam dunkler. Ihr seht es ja jetzt mal, können wir uns das auch mal angucken mit dem Tag- und Nacht-Modus hier, den jetzt Medieval Engineers spendiert bekommen hat. Wenn es wahrscheinlich nachher richtig geil beleuchtet ist denn alles, dann sieht das bestimmt richtig nett aus. Also... Ja, es ist natürlich noch zu hell. Aber vielleicht haben sie es auch schon geändert, wieder mit einem Update. Wo unsere Festung... Ja, ist es jetzt so dunkler oder nicht oder doch oder wie sieht es aus? So, genau. Jetzt haben wir es zum Beispiel dunkel. Und, ähm... Ihr seht jetzt hier genauso viel wie ich. Ja, wir sehen jetzt hier drei Fackeln. Die sind richtig dunkel. Ein bisschen Himmel. Aber sonst nichts mehr. Also, es ist ein bisschen... Für meinen Geschmack ein bisschen sehr dunkel. Jetzt muss ich hier natürlich wieder gucken, dass ich jetzt hier wieder... ...eingestellt bekomme. Ja. Perfekto. Da machen wir auch gleich... Nein, nicht so. Wir machen K. Und machen den Tag und Nacht zuglos aus. Was mir hier jetzt hier noch aufgefallen ist... Ich habe hier... Ah, genau. Da wollte ich nämlich was anderes machen. Wir hatten ja hier am Anfang ja die Treppen gehabt. Was aber, ähm... Was aber, ähm... Wenig Sinn macht. Da möchte ich gerne das hier haben. So. Und das muss hier auch entfernt werden. Weil, ähm... Arbeit, viele, 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 viele Folgen. Zwei Türme stehen bereits. Und... Ich denke mal, das kann sich doch schon mal sehen lassen. Da sind hier unsere erste... Wand, sag ich mal, auf der anderen Seite, natürlich muss alles fertig gebaut werden. Und sowieso müssen noch, äh, vier weitere, äh, drei weitere gebaut werden. Und noch zwei Türme. Also, äh, wird noch einiges passieren. Und dann haben wir immer noch keine Gebäude da. Tja. Äh, ihr wolltet so. Ihr bekommt es so. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Medieval Engineers. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Sage tschau, tschüss und bis zum nächsten Mal.